Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Handcreme und Desinfektionsmittel und sortiere auch gleich aus. Wir haben einmal von Balea, das bleibt, das ist auch ein Serum für die Hand, Tracomoon bleibt, die Isana bleibt. Rituals Desinfektions, einmal diesen Anhänger mit dem Schmetterling und mit dem Igel. Schmetterling sortiere ich aus. Habe ich hier Mercy Handy einmal, bleibt, Bubble Desinfektion bleibt. Einmal das, das sortiere ich auch aus. Mercy Handy bleibt, Mercy Handy ist in Benutzung. Isana bleibt, dann habe ich hier Isana nochmal, bleibt, auch um Sante bleibt. Machen wir mal weiter mit den Handcremes. Coco Cabana bleibt, die bleibt. Die sortiere ich aus. Schneller einziehend, Hand- und Nagelpflege sortiere ich aus. Die bleibt. Banane bleibt, die von Essence bleibt. Die mit dem Elefanten, lasse ich mal noch. Essence, die bleibt. Widgets bleibt, auf jeden Fall. Die bleibt. Die bleibt von Essence. Die bleibt, die bleibt, die bleibt auch. Die sortiere ich, glaube ich, aus. Ja. Die sortiere ich, glaube ich, aus. Die sortiere ich auch aus. Die auch. Die bleibt. Die Katze bleibt. Devinfektionsmittel, der für Infektionsmittel bleibt. Handpeeling. Kann nicht weitergeben, kann ich weitergeben in der Familie. Die bleibt. Essence bleibt. Die beiden bleiben auch. Kokos Handcreme sortiere ich aus. Kälteschutzcreme aus. Kälteschutzcreme auch. Handmaske bleibt. Aber da kommen nachher nochmal später welche. Die bleibt auch. Die bleibt auch. Wirdschutz bleibt. Essence. Die bleibt. Jetzt weiß ich nicht. Die bleibt. Die bein sortiere ich aus. Essence bleibt. Handcreme in so einen Spender. Die sortiere ich aus. Nimmt sehr viel Platz weg. Die bleibt. Die bleibt. Die lasse ich auch machen. Essence bleibt natürlich. Wirdschutz bleibt. The Bodyshop bleibt. Die kleine hier bleibt auch. Handpeeling ziehe ich aus. Kokos Handcreme für sich bleibt. Nimmt gestalten. Die bleibt. Die sortiere ich aus. Eigentlich wollte ich ja meine Kokos Handcreme behalten. Aber Ich nutze die ja nicht. Ich nutze die ja nicht. Handcreme. Ist egal. Hab ja genug. Die bleibt. Weil sie so teuer ist. Die bleibt. Weil sie so teuer ist. Die bleibt mit Scherbutter. Die bleibt. Die sortiere ich aus. Die bleibt. Die bleibt. Die bleibt. Weil sie dann wieder die rieche ich zu in Buchsen habe. Weil die bleibt. Das bleibt. Die sortiere ich aus. Die sortiere ich aus. Weihnachtshandcreme kann ich auch. Die bleibt. Die bleibt auch. Boxen Hand. Das bleibt. Essens bleibt. Die bleibt. Jetzt fangen wir mit den Dosen an. Und dann habe ich auch ein paar. Gucken. Diese Dosen alle bleiben. Die. Ich hab sie vom Zweig. Bleiben. Dann habe ich hier von Badefee und das von Badefee, die bleiben. Dann habe ich Balea Dosen. Die lasse ich alle noch. Und so. Davon habe ich keine doppelt. Die bleiben. So. Dann habe ich noch von Kamille. Darum habe ich die große aussortiert. Weil ich Kamille habe. Und einmal die sortiere ich aus. Weil sie zweimal. Das waren meine Handcreme. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Papi. Tschüssi.